Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal TV Adventure. Heute gucken wir uns einen verlassenen Zug an. Den seht ihr da im Hintergrund. Das ist der Zug. Gucken wir uns jetzt mal an. Das sind die alten Gleise. Da vorne nach dem Zaun sind die aktiven Gleise noch. Hier als Leiter. Ich glaube nicht, dass man da rein kann. Ich glaube, dass es einfach nur abgestellt wurde und gut ist. Aber es sieht schon geil aus. Mit LED. Da ist auch ein Schloss vor. So rein guckt man definitiv nicht. Der ist auch leer. Da stehen noch Feuerlöscher. Ein bisschen Müll. Vielleicht restaurieren sie den ja auch. Auf jeden Fall neu gestrichen aus. Hier ist alles neu schwarz. Oben grün. Ich kann euch hier mal hochhalten. Vielleicht seht ihr da was. Da ist der Bahnhof. Da ist der Bahnhof. Da ist auch noch irgendwie so ein alter Zug oder so ein Stück davon. Schade, dass man nicht rein gehen kann. Vielleicht könnt ihr da ja noch ein bisschen was sehen, wenn ich euch hochhalte. Hier war so kleine Fächer hier unten drin. Auf der anderen Seite auch schon. Drei Bremsbeläge mal angucken. Die sehen auch ziemlich gut aus. Guck mal, hier habt ihr da was sehen. Ich glaube, das alles sieht man nichts. Auch ein richtiger Mief entgegen. Wie gesagt, guckt euch das Ding an. Grün, alles neu lackiert. Ich finde es da sehr verdunkelt aus. Aber ne, siehst du nicht. Bisschen Regen drauf. Da hinten ist noch ein Tunnel. Das ist noch das aktive Gleis. Da fahren die Züge noch rein. Die kommen dann von links. Hier ist die Leiter nochmal zu sehen. Was mir gerade noch auffällt. Die haben sie noch nicht mal Klammern drauf. Normalerweise kommen da ja Klammern dran. Und das ist dann, dass ein stillgelegtes Gleis ist. Kann Tully auch sein. Ja. 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 Ja.